Ein riesen Servus miteinander, hier ist euer Vox Club! Ja, seit vier Jahren dürfen wir mittlerweile schon als Botschafter für die Rosi Carrera-Skala tätig sein. Das macht uns unfassbar stolz. Das Motto ist und bleibt, Leukämie soll heilbar werden, immer und für jeden. Es ist einfach unglaublich wichtig, dass man dieser Krankheit auf den Grund gibt. Und das muss endlich ein Ende haben mit dieser scheiß Krankheit. Also Freunde, das ist eine wichtige Sache. Und am 14.12. gibt es eine Live-Sendung. Wir sind auch mit dabei, wir haben auch einen Auftritt und werden auch am Spendentelefon sein. Das Ganze ist um 20.15 Uhr auf Sat.1 Gold. Ja, die große Rosi Carrera-Spendengala. Jawohl, wir freuen uns, wenn ihr natürlich dabei seid und spenden, 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 nicht vergessen. Wir sehen uns dann. Servus! Ciao!